Musik Anton Pretorius Kämpfer gegen Hexenprozesse und Folter Zu Beginn der Neuzeit traf die Klimaveränderung der kleinen Eiszeit Europa mit besonderer Wucht. Die Menschen litten unter Wetterkatastrophen, die Ernten verdarben, Krankheiten breiteten sich aus. Alle führten diese Schicksalsschläge auf Magie und Schadenszauber zurück. Sie waren überzeugt, das kann nur das Werk des Teufels sein. Man suchte Sündenböcke und man fand sie. Die Bevölkerung begann eine Hexenjagd gemäß den Worten der Bibel Die Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen. Die Hexenverfolgung ging ihrem Höhepunkt entgegen. Da fand ein Pfarrer den Mut, öffentlich Folter- und Hexenprozesse anzuprangern. Die Rede ist von Anton Pretorius. Er wurde 1560 in Lippstadt geboren. Mit 26 Jahren war er Rektor der Lateinschule in Kamen. Hier brachte seine Frau Maria den Sohn Johannes zur Welt. In den Folgejahren wirkte Pretorius als Pfarrer in Worms, Oppenheim und in Dittelsheim. Vom lutherischen Bekenntnis wandte er sich ab und schloss sich der reformierten Konfession an, der Lehre Kalvins. Schicksalsschläge ereilten ihn. Seine Frau Maria wurde von der Pest dahin gerafft. Er heiratete erneut. Doch zwei weitere Ehefrauen starben an der Seuche. Dann vermählte er sich mit Sibylle, Tochter des Pfarrers aus Muschenheim. Das christliche Abendland sah immer mehr Anzeichen für das nahe Weltende. Katholiken, Lutheraner und Reformierte stritten über die rechte Verkündigung von Gottes Wort, um seinen Zorn zu besänftigen. Pretorius griff in diesen Streit ein und forderte in einer Pflichtenlehre die Fürsten auf, Kirche und Nation gemäß der Bibel zu erneuern und die Hexen zu bestrafen. Er sah das Leben der Menschen, akut bedroht durch falschen Gottesdienst und die verderblichen Lehren der katholischen Kirche. Graf Wolfgang Ernst von Büdingen berief ihn 1596 als fürstlichen Hofprediger nach Bierstein. Hier verfasste Pretorius verschiedene Schriften. Ein Katechismus, ein Hausbuch für die christliche Familie und Kirchenlieder. Da begann 1597 in Bierstein ein Hexenprozess. Der Graf ernannte seinen Hofprediger zum Mitglied des Gerichts. Angeklagt wegen angeblicher Hexerei waren vier Frauen aus dem Nachbarort Rinderbügen. Der Richter ließ die Angeklagten foltern, um von ihnen ein Geständnis zu erzwingen. In Pretorius wuchs die Erkenntnis, dass Folter gegen das Zeugnis der Bibel verstößt und dass die Angeklagten unschuldig waren. Der Richter holte die letzte Beschuldigte in die Folterkammer. Da protestierte Pretorius heftig gegen die Folter. Diesen ungewöhnlichen Vorfall hielt der Schreiber des Gerichts in den Akten fest. Weil der Pfarrer Alhi heftig da wieder gewesen, als man die Weiber peinigte, also ist es diesmal deshalben unterlassen worden. Er hat heftig kontra Torturam geredet gegen die Folter. Der Hofprediger erreichte, dass der Richter die Frau frei ließ und den Prozess beendete. Pretorius hatte Glück, dass er vom Grafen nicht selber vor Gericht gestellt wurde, sondern nur das Land verlassen musste. In dem Ort Laudenbach nahe Heidelberg fand er eine neue Pfarrstelle. Er hielt Gottesdienste, richtete eine Armenkasse ein und sorgte für einen Friedhof. Sogleich eröffnete er seinen literarischen Kampf gegen Hexenwahn und Folter. 1598 erschien sein Buch »Gründlicher Bericht über Zauberei und Zauberer« unter dem Pseudonym seines Sohnes Johannes. Heftig attackierte er Justiz und Obrigkeit wegen unmenschlicher Haftbedingungen in den Untersuchungsgefängnissen und kritisierte die Foltermethoden, die zum Teil heute noch in vielen Ländern der Welt angewendet werden. Ich sehe nicht gern, dass die Folter gebraucht wird, weil sie vieler und großer Lügen Mutter ist, weil viele Leute dadurch in Gefängnissen umkommen, heute gefoltert, morgen tot. Auch findet man in Gottes Wort nichts von Folterung und peinlichem Verhör. Eine niederländische Schriftstellerin bezeichnete ihn deshalb als Vorläufer von Amnesty International. 1602 kam die zweite Auflage des gründlichen Berichts heraus, diesmal unter seinem eigenen Namen. Praetorius distanzierte sich von den Aufrufen von Luther und Calvin zur Verbrennung der Hexen und betonte Das Vergebungshandeln Christi gilt auch für die Angeklagten in Hexenprozessen. Schonungslos klagte er die Justiz an. Ihr Richter seid dem Unrecht, ihr steht in des Kaisers Strafe, denn ihr seid für mutwillige und öffentliche Totschläger und Blutrichter zu halten. Welche Richter zu der Ungerechtigkeit Lust haben und unschuldiges Blut vergießen, werden in Gottes Hand zur Rache verfallen und sich selbst in die unterste Hölle hinabstürzen. 1613 erschien die dritte Auflage seines Berichts. Im Vorwort schrieb er, dass sein einziger Sohn Johannes, der Theologie in Heidelberg studiert hatte, im Alter von 27 Jahren gestorben war. Das letzte Lebenszeichen von Praetorius ist eine Predigt, die beherrscht wird vom lateinischen Wort Nemo, Niemand. Niemand ist frei von Mühsal, niemand von eigenem Schmerz, niemand vertreibt tödliche Krankheiten, niemand wehrt ab die letzten Pfeile. Ist denn da niemand, der mich hört, niemand, der mir hilft, niemand, der mir die Toten zurückruft, die ich verloren in diesem Leben? Persönliche Katastrophen ließen ihn an seinem Lebensende an der gnädigen Vorsehung Gottes zweifeln. Am 6. Dezember 1613 verstarb Praetorius im Alter von 53 Jahren in Laudenbach. Der Pfarrer der Nachbargemeinde, Reinhard Wolf, hielt die Leichpredigt, aber verschwieg das Engagement von Praetorius gegen Folter- und Hexenprozesse. Vielmehr kritisierte er ihn als Menschen, der seine großen Mängel gehabt, den Zorn sich bald überwinden lassen und der Sachen etwas zu viel getan. 1629 erreichte die Zahl der Hinrichtungen neue Rekorde. Unbekannte gaben den Bericht über Zauberei und Zauberer in vierter Auflage neu heraus, um die Argumente von Praetorius gegen Folter- und Hexenprozesse in Erinnerung zu rufen. Der Hexenprozess in Bierstein bedeutete die Wende im Leben von Anton Praetorius. Er wurde ein Verfechter der Menschenrechte und kämpfte mit Argumenten aus der Bibel gegen Hexenverfolgung und Folter. Obwohl er es in seinem Leben nicht leicht hatte, hat Praetorius das bewiesen, worum wir uns heute im Kampf um mehr Menschlichkeit immer wieder bemühen sollten. Glaube und Zivilcourage Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.